Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Tech by a Big Adventure. Wir machen hier wieder weiter. So, wir sind jetzt nur noch eine Phase. Äh, nur ne Phase, sorry. Doch nur eine Phase, okay. Ich dachte nur ne Phase. Egal. Wir haben auch... Ich hab ausgehend noch ein paar diese Orbs gesammelt. Weil ich halt nicht wusste, wie viele Levels es noch sind. Der Riesenverdatter, ja. Okay, da müssen wir schnell bei uns beeilen. Da bringt's Ängst, eher zu rollen. Da ist man halt schon... ...Session unterwegs. Ah. Gut. Oh, oh. Was passiert jetzt? Ah, da ist einer, okay. Jetzt haben wir schon zwei von drei. Das ist gut. Jetzt aber schnell weiter. Wo, wo, wo? Okay. Fangen wir das einfach mal. Oh, das war knapp. Ja, klar. Jaaa. Oh. Sehr gut. Und hier... Oh, wir haben sogar alle. Jaaa. Okay, das war jetzt einfach. Ich dachte, das wäre jetzt ein Boss, aber das war eigentlich nur zum... ...wieder eine Yeti. War das ein Yeti? Ich weiß gar nicht. Von dem musste man ja auch abhauen. Was eigentlich... ...was eigentlich gefühlt, eher schwieriger war als das. Aber wir haben hier sogar alle bekommen. Das ist gut. Naja, ich hab halt ausgerechnet ein paar gesammelt, weil ich halt nicht wusste... ...ob wir das in diesem Part vielleicht durchspielen. Und ob wir auch die restlichen Orbs bekommen. Deswegen war ich noch mal ein paar Welten und hab ein paar gesammelt. Einfach die Leute, die es wissen wollen. Warum ich jetzt so viele habe. Sehr gut. Gehen wir jetzt nur noch ein paar Level noch. Kisten-Chaos. Auf geht's. So, wenn die Welten jetzt nicht so schwer sind jetzt, könnten wir sogar... ...heute vielleicht den letzten Part haben. Kann sein, aber ich weiß nicht. Hundertprozentig. Okay. Kisten heißt wohl diese Kisten. Okay. Okay. Ist hier irgendwas? Nicht, dass sie jetzt... ...ein von diesen... Nein? Okay. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas sein kann. Vielleicht auf der anderen Seite vielleicht? Okay. Okay. Nein, auch nett. Okay. Gut, dann... Gibt es hier irgendwas? Oder einfach nur... Okay. Das war knapp. Hm. Okay. Mal hier rüber. Gucken wir mal hier. Hier ist auch nichts. Okay. Hier sind Gegner. Oder Gegnern sogar. Mehrere. Was ist eigentlich recht? Nein. Warte. Bevor wir da hochgehen. Hier ist gar nichts. Ah doch, hier. Aha. Da oben. Da ist schon mal der Erste. Der Erste. Das Level kann lang sein. Wenn hier schon der Erste ist. Okay. So. Machen wir mal hier. Was ist hier? Hier ist nichts. Ah, da drüben ist was. Okay. Gucken wir uns das mal an. Aber wir haben ja eigentlich Zeit. Also so ist das nett. Ist da nicht mehr so viel Level noch? Bis zu Vex. Der letzte Kampf von Vex. Okay. Wir sind in so eine Klasskugel. Oh. Hier müssen wir die... Nein. Okay. Dann wird's irgendwie schneller. Okay. Dann wird's irgendwie schneller. Dann wird's irgendwie schneller. Ich kann halt auch nichts mit dem Steuerkreuz machen. Oh. Okay. Gut, gut, gut. Okay. Okay. Nein. Hm. Gut, es fehlen nur noch die zwei noch. Können wir eigentlich schon nach links gehen. Immer schön so ein bisschen. Das ist eigentlich schon eine gute Idee nach links zu gehen. Nein. Ah, Mist. Egal, wir haben ja jetzt alle. Und vielleicht auch nur noch ein Leben. Das ist... Eigentlich ist nicht so gut. Aber mal gucken. Ah, okay. Sehr gut. Okay. Hat's schon entledigt. Okay, okay. Dann müssen wir hier lang. Okay. Ah, okay. Brauch ich eine Batterie. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann lassen wir es einfach, weil ich hab jetzt... Wenn es so lustig ist, jetzt zu suchen. Oder die ist hier. Okay. Ich dachte, die hätten wir verpasst, aber... Okay, Glück gehabt. Nein! Okay. Okay. Das ist schon erledigt. Gehen wir mal hier weiter. Und drüber. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Oh, das war knapp. Gehen wir hier weiter. Oh. Okay. Dann hier rüber. Müssen wir nach vorne? Ja. Müssen wir. Ich glaube, das trifft uns gar nicht. Glück gehabt. Und wir haben es fast geschafft. Wir sind nur noch schnell nach oben. Ein bisschen so eine Jump'n'Run Passage. Obwohl ich jetzt nicht richtig weiß, wie ich da jetzt am besten hochkommen soll. So. 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 Und sehr gut. Hams. Das war gut. War ein cooles Level eigentlich. Auch wenn ich einmal ein bisschen hängen geblieben bin. Bei einer... Etappe. Haben wir es trotzdem gut gemeistert. Haben zwar nicht alle von diesen... Kugeln. Oder Orbs, wie ich die mal nenne. Aber kein Problem. Na gut, zwei von fünf ist ganz okay. Hätte auch anders sein können. So. Jetzt Wurzeln des Untergangs. Hört sich irgendwie nicht so... gut an irgendwie. Hört sich irgendwie ein bisschen... wängstigend an. Aber mal gucken, was uns das Level so erwartet. So. Einmal hier ein bisschen überspringen. Weil das zeigt ja jetzt nicht so viel. Wir warten kurz, wenn es wieder kommt. Genau. Dann können wir nämlich jetzt schnell hier rüber. Okay, auffassen. Oh, das war knapp. Nein! Okay, da... Das war jetzt... Nein, nicht so gut. Aber es war auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Der Gegner hat davon nicht gehabt. Dann wäre es... nicht so schwierig. Genau. Dann müsste man einfach nur Linksrest laufen. Dann kriegt man das auch irgendwie hin. Okay. Immer eins nach dem anderen. Nicht zu viel, nicht zu wenig laufen. Okay. Sehr gut. Was ist das hier oben? Ah, okay. Hier ist die Kugel. Okay. Okay. Hier geht's weiter. Okay. Gucken wir mal hier weiter. Okay. Okay. Hier hoch. Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist nämlich hier. Sehr gut. Oh. Oh. Einfach hier. Dankeschön. Oh, das sieht nicht so einladend aus. Oh. Okay. Okay. Sehr gut. Komm, 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 komm. Haben alle. Sehr gut. Gut. Also jetzt nicht alle von denen, aber halt diese, wo man halt einen bekommen tut. Haben ja alle. So. Ähm. Genau. Dann wollen wir hier im Kreis. Oh. Glück gehabt. Kommt doch eigentlich recht gut durch. Warum da jetzt eigentlich so ein Pfeuergegner. Oh. 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 Wirική. Nein ganz gut durch. Warum da jetzt eigentlich so ein Checkpoint war. Ist halt jetzt die Frage. Aber egal. Ich habe es immerhin geschafft. Also was kommt jetzt für nen Level? Ich glaube ob aufci lounge noch einen Level bis zum Boss glaube ich. ich bin mir aber jetzt nicht so sicher. Na gut, 3 von 5 ist doch ganz gut. Die haben 9 mehr als wir brauchen. Genau, 3 müssen wir jetzt zum Freischhacken, genau. Da kommt wohl, ich glaube das letzte Level dran oder? Kann das sein. Ich glaube das ist das letzte Level. Bis zum wächsten Mal. Okay, letztes Level, würde ich mal so sagen. Dann gucken wir mal, was uns hier zu erwarten wird. Wie der böse Sackboy die neue Welt verhindern wollte und scheiterte. Du hast es ins Zentrum der kunstvollen Welt geschafft. Und wofür? Um deine Freunde zu retten, um alles wieder gut zu machen. Es ist zu spät. Die Fantasiesphäre ist bereits ins Dunkel gestürzt und hier ist jetzt das Land des Aufruhrs. Und ich bin der Gott der Albträume und herrsche hier. Der Vextreminator. Hey, wann wir den Hanwe doch schon mal gehabt? Na gut, du hast es zu Ende gebracht. Und das ist es jetzt. Das Ende. Wie war das? Ah ja, genau. Stimmt ja, da war ja was. Okay. Kommen jetzt alle Bosse jetzt nochmal dran oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ich gebe zu, du bist kein gewöhnliches Sackdick. Okay. Du hättest mich nicht ärgern sollen. Ah, jetzt kommt es mit Feuer. Ja, natürlich. Diese Rennung wirst du lieben. Oh. Oh, okay. Immer schön ein bisschen krumm rumlaufen. Du weißt nie, wann es genug ist, was? Okay, was kommt jetzt dran? Oh. Stell dich dem mal in den Weg. Okay, kommen wir jetzt bei diese Kugeln dran oder? Aber was soll sagen? Okay. Okay, hab ich eigentlich geschafft. Sehr raffiniert ist das nicht, nein. Aber wirksam. Okay, noch einmal. Ich zeige dir, welche Kraft ich jetzt habe Äh, viele Kraft Oh, nein Glück gehabt Doch, eigentlich schon Nein, oh Jetzt will ich leben Aber kein Problem, kein Problem Wir haben drei Leben noch und er ist fast besiegt Also dürfte jetzt nicht so viel kommen eigentlich Oh Nein Okay, das war jetzt fies Okay Ja, klar Ja, was soll man denn da machen Ach, glaubst du nur, du könntest sprengen? Wow, wow, wow Dann wollen wir mal die ganze Welt mit Schockwellen erschüttern Wo bin ich denn? Da Okay Dürfte, denke ich, auch bald besiegt sein Ich glaube noch ein oder zweimal noch Komm schon Nein Nein Okay, der ist doch schon ein guter Boss Okay Dann habe ich das gar nicht geraschen Und das ist es jetzt Das Ende Hier kommt ein kleiner Knall-Effekt Halt doch mal still Hier Ich gebe zu Du bist kein gewöhnliches Okay, einmal getroffen So, zweimal getroffen Oh Okay Aufpassen Nicht wieder direkt in die Flammen Fallen Immer schön ein bisschen in den Kreis laufen Oder zurück Eher gesagt So, was kommt jetzt? Ach stimmt, jetzt springt er ja hoch Perfekte Landung Okay, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt die Dinger Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht Jetzt kommt diese Hand wieder Oh Hier ist man falsch nüster Zwischendurch Okay Zweimal getroffen, das ist gut Leider wurde ich auch getroffen Okay, dreimal getroffen Das ist sehr gut Wow Okay, das war Okay, der Boss ist doch schon Ein bisschen anspruchsvoller Wieso Sieg? Ich bin doch schon fast Ich bin doch schon fast der Sieger Okay Okay Warten wir hier kurz Nein Ja, diese schäme ich immer Wenn dir das gefällt Warte ab, wie ich die kunstvolle Welt verändern werde Wir wissen, wie gerne du Sachen aufhebst Aber immer schön festhalten Pass auf die Stacheln auf Oh Ja, klar Ich gehe mal so schnell Mit den Stacheldingern Ich würde gerne mal wieder Was zum Werfen haben Sehr gut Noch einmal noch, glaube ich Wir haben noch drei Leben Das sieht echt gut aus Das war knapp Okay Okay, okay Das ist gut Okay, haben wir Haben es Zweiter Versuch Aber ist gut Unmöglich Das ist meine Welt Meine Ich wusste von Anfang an, dass du es schaffst Naja, vielleicht nicht ganz von Anfang an Aber ich wusste es trotzdem Na los Gehen wir nach Hause Sehr gut Also der Postkampf war jetzt schon ein bisschen abspruchsvoll Am meisten wie immer noch Die Ähm Wie nennt man das noch mal Ähm Wie nennt man das noch mal Was auch ein Einkaufszentrum gibt Immer Laufband Ja, Laufband Ja, Laufband Aber das heißt Zentrum Ähm Ähm Fitnessstudio Gibt es auch so ein Laufband Ja, das war doch schon immer ein bisschen schriegt Hin und her Und dann noch die Stachel Äh, ganz okay Ich lasse den Game Over mal drin Wir haben das Spiel jetzt eigentlich dann durchgespielt, oder? Kann sein Dass wir es jetzt durchgespielt haben Oder? Hast du geglaubt, du hättest gewonnen? Ich bin stärker als je zuvor Solange mein auf dem Kopfsteller steht Bin ich unantastbar Begreifst du es nicht? Ich bin überall Beug dich deinem neuen Gott Nein, wir haben es auch noch nicht durch Oh, okay Es gibt auch noch ein Part Okay Aber Leute, ich würde sagen Hier mit Bench den Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich habe echt gedacht Das wäre jetzt das letzte Level Aber ja, doch nicht Und wer es euch wie gesagt gefallen hat Könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben Und wir sehen es dann in Vielleicht doch Nächsten Part Der letzte Part Und ja Bis zum nächsten Mal Tschüss